Ein feiger Angriff! Wir sind der Tod! Eure Gegenwehr ist vergebens! Nor wird uns rächen! Der Tod ist nur der Anfang! Die Linien dürfen nicht brechen! Ein feiger Angriff! Na doch, sieht's okay aus. Wie viele Truppen haben wir bis jetzt verloren? Nur zwei! Gut. Ja, ihr habt mich beschworen! Eure Gegenwehr ist vergebens! Der Tod ist nur der Anfang! Oh, sehr viele Schädel blutzen. Wen soll ich täten? Flieht vor mir! Ja! Auf mein Zeichen! Wen soll ich töten? Hier kommt euer Kontergang! Hier kommt euer Kontergang! So, jetzt müssen wir nur noch wieder frei brechen. Wir stehen! Wir stehen! Wir stehen! Wer soll ich schütten? Halte durch, Männer! Die Linien dürfen nicht brechen! Die Linien dürfen nicht brechen! Schließ die Reihen! Der Tod ist nur der Anfang! So, schön den Titaten hochfallen! Halte durch, Männer! Sollte das ja auch gehen! Verstärkt die Deckung! Euer Blut wird in den Boden bringen! Soll ich töten? Auf dem Weg! Ihr werdet alle sterben! Feindlicher Angriff! Nicht sterben! Zweiflung treiben euch! Schließt die Reihen! Euer Blut wird in den Boden bringen! Ein ehrloser Hinterhalt! Nicht sterb! Der Tod ist nur der Anfang! Schließ die Reihen! Okay, da vorne ist sterbende Zeit. Die Klicks hat jetzt gerade geblendet. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließ die Reihen! Euer Blut wird in den Boden bringen! Nicht sterbend! Halte durch, Männer! Ihr werdet alle sterben! Schließ die Reihen! Ja, hier rauszukommen ist anstrengend. Nor wird uns rächen! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Nor wird uns rächen! Zurück ist Rumpje zu vorne! Der haut wenigstens einigermaßen gut rein! Ein feiger Angriff! Aber ja, man merkt, das ist eine ganze Awe und es wird nicht weniger! Ja! Euer Blut wird im Boden bringen! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Okay, unser Zitat sieht wieder richtig gut aus! Halten wir mal wieder! Sie sind überall! Sie sind überall! Ihr werdet alle sterben! Ein feiger Angriff! So, holen wir uns auch neue Truppen, um sie von der anderen Seite dann angreifen zu können, wenn wir hier mal durchgekommen sind! Die Linien dürfen nicht brechen! Nein! Ihr werdet alle sterben! Ihr, ihr habt mich beschworen! Ein ehrloser Hinterhalt! Oh, und haben wir gerade unser Titat noch gerettet! Hä, halt auch still! Die Linien dürfen nicht brechen! Wieder einen Hero verloren? Ein ehrloser Hinterhalt! Komm zu oben! Komm! Der Tod ist nur der Anfang! Hä, halt auch still! Löwen! Eure Gegenwehr ist vergebens! Kommt mal heilen! Wen soll ich töten? Töt, halt auch still! Rrrrrr— Ihr werdet alle sterben. Hey, halt auch still. Ihr Blut wird im Boden drängen. Das Kitzelt stirbt langsam wieder. Ihr werdet alle sterben. Komm zu oben, komm. Ihr Blut wird im Boden drängen. Hey, halt auch still. Ein ehrloser Hinterhalt. Nor wird uns rächen. Um alles kaputt machen. Ein ehrloser Hinterhalt. Okay. Ah, wir haben sogar selber Skelette jetzt. Was klotzt denn so? Ja, ja. Eure Gegenwehr ist vergebens. So, ziehen wir mal alle zu. Das ist gut. Zubefee. Zubefee. So, den Hirnhäster da noch loswerden. Okay, die erste Welle haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt müssen wir nur noch vorne durch. Wow, sehr viele schöne Sachen. Die uns aber einfach nichts mehr bringen. Noch ein Hirnhästerbogen. Lassen wir sie nicht warten. Endlich. Mehr Dekromanten. Also ja, den Zauber müssen wir dringend mal verkaufen gehen. Wir müssen aber auch halt noch hier durchbrechen. Deswegen sammeln wir ja Truppen auf beiden Seiten. Was haben wir hier? Schläger! Sehr viele Skelette, aber truppenmäßig nicht mehr viel. Aber gleich ist Mitternacht. Das bedeutet, gleich stehen unsere Dekromanten wieder auf. Na? Jo, da sind sie wieder. Auf mein Kommando! Das heißt, wir gehen so auf 60 Truppen hoch. Wir werden ein paar Schattenklingen reinpacken wahrscheinlich. Die Rune ruft. So, Befehl. Dann brechen wir da durch und dann geht's ab ins Kolossium. Oh! Agamud ist jetzt wieder beim Portal zum Rabenpass. Jetzt aber in Drachenform. Der wartet wohl auf den nächsten... Champion. Naja, mit unserer kläglichen Ressourcen könnte ich ein paar Kriegsherren ausbilden. Stimmt eigentlich. Also ja, hätte ich die Elfen, wäre ich näher dran. Aber das Elfen gegen Untote hilft halt nicht so gut. Gebt uns auch wieder. Da hat er uns auch ziemlich viel XP wiedergegeben. Da durchzubrechen. Sagen wir so, hätte ich gewartet, bis wir die nächste Dunkelhelfenruhne gekriegt hätten. Was wahrscheinlich bald passieren würde. Wahrscheinlich sobald wir im Finsterwehrgebirge sind. Und im Dunkelwehrgebirge, so heißt's ja. Ja, Dunkelwehrgebirge... Dann machen wir noch 10 Schattenklingen. Die sollten ja schnell ausgebildet sein. Und im Dunkelstein. Ich finde, dass Schattenklingen sehr seltsame Klingen tragen. Als ob sie sich nicht entscheiden konnten, ob sie ein Schwert oder eine Sense wollen. Sagen wir so, es sind... Was bist du? Skelett... Skelettherr der Rache. Okay. Ketzerskelette. Es sind keine Fernkämpfer übrig, das ist schon mal gut. Das heißt, sie können uns nicht noch beschießen zusätzlich. Warum auch immer das hier aufgehellt wurde. Das heißt, sie können uns nicht wiederholen, das ist schon mal gut. Vielen Dank.